ARC Survive Evolve So Kommen wir mal runter Ich könnte jetzt natürlich per Stiegbefehl irgendwas spawnen lassen, aber das mache ich jetzt nicht Das mache ich nicht So Der Plan für die nächsten paar Folgen, das habe ich mir jetzt mal so gesetzt Ist zum einen Würde ich gerne mal ein Giganotosaurus zähmen Ich gucke mal jetzt in der Gegend ein bisschen rum, ob ich vielleicht ein interessantes Corpus Delicti finde Und der andere Plan ist, dass ich mal die anderen Höhlen auch mal besuche Und mal die ganzen Artefakte mal zusammen sammle und vielleicht dann mal die Brutmutter beschwöre Und dann ist natürlich das sehr passend, wenn ich dann schon einen Giganotosaurus habe Um Ja Um dann halt Die Brutmutter mit dem Giganotosaurus bekämpfen zu können Aber vorher brauche ich halt einen möglichst hochleveligen Giganotosaurus Da müssen wir jetzt mal grad gucken, weil ich ja auch die wilden Dinos vernichtet habe Vor nicht allzu langer Zeit Und damit sind natürlich auch alle Giganotos gestorben, die hier in der Gegend so rumgelaufen sind Müssen wir mal schauen Ob hier vielleicht wieder einer nachgespawnt ist irgendwo Muss jetzt vor allem gut aufpassen, weil wie gesagt, der Schaden von den Dinos ist reduziert worden Bei einem Update Das heißt, der Schaden von diesem Ketzal hier ist auch reduziert worden Gucken wir mal, wie viel macht denn der nur noch? Der macht nur noch 177% Das ist echt wenig Im Vergleich zu dem, was er vorher gemacht hat Vorher hat er irgendwie 200 noch was gemacht Das heißt, jetzt einen T-Rex mit dem anzugreifen, bringt gar nicht mehr so viel Also es ist schon noch sicherer, als wenn man nur zu Fuß gegen den T-Rex kämpft Aber es ist halt auch nicht mehr so geil wie früher, wo du den irgendwie mit ein paar Bissen platt gemacht hast Ich will gar nicht wissen, wie das jetzt ist, wenn ich gegen den Alpha T-Rex mit dem Ketzal kämpfe Ich meine, ich habe ja noch den hochleveligen Ketzal, der steht ja in der alten Base rum Der wäre dann natürlich für so eine Zwecke besser geeignet Ist das ein Giganoto? Nee, ist ein T-Rex Da hinten ist ein roter Loot Drop Da fliege ich jetzt mal hin Nein, der ist weg Oh, das war so klar, oder? Das war doch wieder so klar Ich will da hinfliegen Und in dem Moment, wo ich es sage, ist er weg Das war wieder so klar Das war doch wieder mal so klar Giganoto? Nee, ist alles ein T-Rex hier Ist das auch ein T-Rex? Ist hier kein Giganoto mehr? Hier waren doch immer Giganotosaurier rumgelaufen in der Ecke Ist gerade ein bisschen traurig, ehrlich gesagt Hier ist mal ein bisschen Licht Nee, hier ist auch kein Giganoto Habe ich die alle verschreckt, weil ich sie alle umgebracht habe? Feigen Dinos, ey Die klemmen immer gleich den Schwanz ein Wenn sie merken, dass sie Probleme kriegen Dass es da jemanden in der Hood gibt, der sich nichts gefallen lässt Der den Raketenwerfer rausholt und sagt So nicht Ja? So nicht Ich flieg mal zum Vulkan Da war neulich auch ziemlich viel Action Das war ja so schade Ich hatte ja Bevor ich diesen Destroy Wild Dinos Befehl eingegeben habe Wegen dem Känguru Hatte ich hier am Vulkan noch einen Alpha Rex und einen Alpha Kano direkt nebeneinander gehabt Das ist mir dann leider zu spät eingefallen, dass die da waren Die sind jetzt natürlich da nicht mehr Wenn du Destroy Wild Dinos eingibst, ist natürlich alles weg Was rum kreucht Also auch die Alphas Ja, die sind natürlich weg Ist klar Aber Giganotos habe ich hier auch gesehen Schon mehrfach An dem Hang hier Oh, es ist schon wieder so abartig dunkel, ne? Es ist so abartig dunkel Ne Lande mal kurz Ich will mal ganz kurz Einen Blick werfen hier Ne, ist aber nichts Giganoto mäßiges hier Wo auch immer ein Giganoto ist Das ist da drüben An diesem Berg Wo wir auf dem Auf dem Ex-Community Server Unsere Base daneben gebaut hatten Apropos Ex-Community Server Da fällt mir ja gleich noch was ein Also Ich kriege ja immer noch Relativ häufig Anfragen In Bezug auf Kann ich auf dem Server spielen? Kann ich bitte auf dem Server spielen? Ich würde das gerne möglich machen Ja, das einzige Problem daran ist Es gibt gerade aktuell Keinen Community Server mehr Da hat leider jemand Den Ball fallen lassen Aber ich will da jetzt auch Keine Schwierigkeiten bringen Ich habe mich bei dieser Sache Einfach zu abhängig gemacht Von jemandem Und das ist mein Fehler gewesen Das muss ich aber dazu sagen Ich habe mit diesen ganzen Server-Kram Und so Habe ich nicht genug Erfahrung Ja, das ist für mich Alles ein riesiger Lernprozess Und jetzt habe ich halt das Problem Dass ich eine Alternative An den Start bringen muss Und leider bedeutet das auch Gleichzeitig Dass alles was wir Bis dahin gemacht haben In den Streams Und überhaupt Das ist alles Jetzt dann auch zunichte gemacht Das heißt alle Erlebnisse Die wir hatten Alle Dinos die wir gezähmt haben Alles ist leider nicht mehr existent Das ist leider Eine schlechte Nachricht Aber ich finde so ein Neustart An sich eigentlich auch Gar nicht so schlecht Jetzt ist halt nur die Frage Für welche Variante entscheide ich mich Weil da gibt es mehrere Möglichkeiten Was man machen kann Was man wählen kann Und da muss ich mich erstmal schlau machen Und das dauert leider ein bisschen Weil wie gesagt Ich stehe da nicht in der Materie drin Ich muss mich da selber rein arbeiten Das ist viel Arbeit Ja, und es kostet auch natürlich Geld Das ist auch nicht zu verachten Und das muss man natürlich dann erstmal alles checken Ja, ich muss das alles gegeneinander abwägen Ein bisschen Deshalb kann ich an der Stelle nur sagen Bitte habt Geduld Ich bemühe mich da Ersatz ran zu schaffen Aber das wird eine Weile dauern Was ist denn hier los? Die T-Rexe Guckt euch das mal an Die kloppen sich ja alle gegenseitig irgendwie Und das mitten in der Nacht Mitten in dieser finsteren dunklen Nacht Hm, naja Ich lass die jetzt mal hier sich Ein bisschen untereinander betteln Ja, die sollen das mit sich selbst austragen Da Denn mein Ziel ist ja jetzt hier eigentlich Ein Giganotosaurus aufzutreiben Aber irgendwie ist das hier Leichter gesagt als getan Normalerweise spawnen hier so viele Giganotos immer Und jetzt ist hier gar nichts Was ist da los? Alter, das wird hier irgendwie immer dunkler gerade Obwohl der Mond gerade richtig scheint hier Was ist denn hier los? Ist das so schweinedunkel? Und ich weiß, dass ich das gar mal hochdrehen kann Ich weiß das Ich mach's aber nicht Nachts ist nun mal dunkel Aber ich find das grad seltsam Weil wir haben vollmond Und der scheint hier voll rauf Und trotzdem ist es dunkel Also so richtig dunkel So richtig hart dunkel ist es hier Aber ich seh hier auch kein Giganotos Was ist denn hier los? Okay, dann muss ich mal auf den anderen Berg Also da drüben auf dem Berg Waren definitiv immer Giganotosaurier gewesen Immer, ja? Jedes Mal Da muss einer sein Da muss wenigstens einer sein Sonst ist hier irgendwas kaputt Oder die sind noch nicht nachgespawnt Da oben waren immer welche Werden's ja gleich sehen Vielleicht wurden ja jetzt die Giganotosaurier Durch Kängurus ersetzt Das kann ja auch sein Die leben ja jetzt auch auf dem Berg Das war auch so witzig Das war auch so witzig Wo ich in der einen Folge Das Känguru gesucht hab Und gesagt hab Ja, äh, Kängurus Die leben ja eigentlich nicht auf Bergen Und so Oder ich war mir halt nicht sicher Ich wusste es halt nicht Und natürlich Wenn ich so etwas sage Dann ist es natürlich so Dass es tatsächlich Kängurus gibt Die auf Bergen leben Und die sogar Bergkängurus heißen Aber die sehen auch überhaupt nicht aus Wie die Kängurus in der Art Muss ich mal sagen Aber ich hätte das nie gedacht Dass es Kängurus in Bergen gibt Ich hätte nicht gedacht Dass die dafür für das Leben In diesem In diesem Biom sage ich jetzt mal Dass die dafür so Optimiert sind So biologisch Hätte ich nicht gedacht Wie sind hier eigentlich so viele Kristalle Waren hier schon immer so viele Kristalle oben? Oh! Was ist das? Da ist ein Schatten runtergefallen Ich habe es nicht richtig gesehen Giganoto? Ne, ist ein T-Rex Oder? Wartet mal Ist das ein Giganoto? Ist das ein T-Rex? Ich sehe es nicht Es ist einfach so abartig dunkel, ne? Es ist so verdammt dunkel Wo ist er? War doch gerade noch da Wo ist er denn? Ich sollte mich Ich sollte es mir auch abgewöhnen Tiere zu suchen Wenn es dunkel ist Das ist echt so ein bisschen So ein bisschen dumm Jetzt sage ich ganz ehrlich Ja, das ist echt ein bisschen Bescheuert Aber naja Das ist halt auch immer so eine Zeitfrage Ich müsste dann Wenn ich das nämlich Verhindern wollen würde Müsste ich immer diesen Zeit-Cheat machen Dass ich das dann hell mache Und das ist irgendwie auch doof Das will ich irgendwie auch nicht Ich will ja nicht cheaten Aber irgendwie in dem Fall wäre das Tatsächlich schon fast sinnvoll zu cheaten Weiß ich auch nicht Aber dann könnte ich auch genauso gut Den Gamma-Cheat machen Das ist irgendwie auch wieder nicht Ist auch wieder nicht der Sinn der Übung Dass ich mir dann die Nacht hell schiete Das bringt es ja auch nicht Weil Nacht ist nun mal auch Nacht Es gibt nun mal die Nacht Man kann die Nacht ja nicht Ah! Ein riesiger Schwanz Und das ist bitte nicht pervers zu interpretieren Diese Aussage Ich habe den riesigen Schwanz gesehen Ich wusste sofort was Sache ist Moment Mal gucken Ombre 28 Naja gut das ist ein bisschen Aber dafür würde es nicht so kompliziert sein Den zu zähmen Aber das ist kompliziert den hier weg zu schaffen Das ist mal klar Vor allem Das Schlimme ist ja Wenn man mit dem reitet Und der kriegt Fallschaden Dann Ah! Ich kann ihn runterlocken Ich muss erstmal landen Moment Muss mal ganz dringend mal kurz eine Zwischenlandung machen Hier Kurzer Stopp Boxen Stopp Und aufpassen Dass er mich jetzt nicht weg snackt Wenn ich hier sitze So Ich log den mal runter So ich beiß den mal im Popo Hey! Folge mir Folge mir komm Loi! Wie er sich verpackt Wie er wieder backt Ja genau Steck deinen Kopf da rein Kommst du da nicht hoch? Wartet mal So wir mal grad testen Hehehe Sekunde, Sekunde, Sekunde Das will ich jetzt mal ausprobieren Wenn ich auf dich schieße Mein kleiner Giganoto Wenn ich auf dich schieße Von da Von hier so Bist du dann böse? Wartet mal Wenn wir jetzt nicht runterfallen Das wäre jetzt echt scheiße Okay, Moment Vorsichtig Vorsichtig, vorsichtig Nö Der macht nichts, guckt mal Der kann nichts machen Ha! Wie er sich plötzlich entbuckt Das kleine schmeiß ich Der fällt da runter Wuuuuuuu 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 Okay, da hat sich das Problem schon mal erledigt Dass ich ihn da wieder runterkriegen muss Ja nice Das darf ich nur nicht verlieren Okay, er läuft, er läuft Er läuft gut Wuuu Dieser Leck Dieser Speicherleck immer Das ist übrigens immer dann, wenn das Spiel speichert Wenn der Singleplayer einen Spielstand anlegt Auf der Festplatte Dann äh Gibt's diesen Freeze Okay, dann haben wir doch einen Giganoto lokalisiert Das ist doch schon mal nice Dann würde ich sagen, ist das das Opfer Er ist der Auserwählte Dann muss ich jetzt schnell zurückfliegen Und mal gucken, wie viel Betäubungsmunition ich noch hab Am besten nehme ich alles mit mit In Sachen Trank Arrows Und äh Betäubungs-Starts Und was weiß ich Und ich brauche ganz viele Narkotiks Eigentlich, wo wir ja schon mal dabei sind Könnte ich da ja bei der Gelegenheit auch gleich mal In der alten Base nach dem Rechten sehen Das wurde ja eh jetzt schon irgendwie in letzter Zeit mehrfach gesagt Ich soll mal wieder in die alte Base Ich soll in die alte Base Wann ziehe ich denn wieder um in die alte Base Findet ihr das etwa nicht schön im Schneebium? Gefällt euch das dann nicht? Also ich muss sagen, ich finde das da eigentlich ganz nice Zumal ja jetzt auch in der realen Welt eigentlich überhaupt erstmal der Winter richtig angefangen hat Das war ja eigentlich immer so mein Plan Dass ich wirklich den ganzen Winter dort verbringe, wo es halt auch wirklich kalt ist Also da lebe halt Gut jetzt natürlich, wenn ich einen Giganoto zähmen möchte Dann muss ich mir auch mal ein bisschen einen Abstecher machen Oder wenn ich Kängurus suche, ja Dann muss ich natürlich mal in die wärmeren Gefilde fliegen Aber eigentlich geplant ist ja wirklich den ganzen Winter im Schneebium zu verbringen Und der Winter geht ja noch ein bisschen Also ich sag's mal so Mindestens bis Mitte Februar Ja Ist für mich so Winterzeit eigentlich So Und dann fängt ja schon so langsam der Frühling an Und ich weiß nicht, meteorologischer Winter geht glaube ich sogar noch länger Ja Also das ist ja eigentlich so der Plan von Anfang an auch gewesen Und Es war natürlich klar, dass es auch andere YouTuber gibt, die auf die gleiche Idee kommen würden Aber auch selbst die haben dann irgendwie gesagt Ja wir machen nur einen Monat im Schneebium oder so Keine Ahnung Hm Also ich finde, wenn Schneebium dann auch richtig, ja Dann muss ich auch richtig das Gefühl haben, dass ich da auch wirklich lebe Weil ein Monat ist glaube ich nicht genug Ich finde ein Monat reicht nicht für's Schneebium Um so richtig die Atmosphäre da mitzukriegen Ey guckt mal, ist das ein Das ist ein Das ist ein T-Rex Scheiße Wäre natürlich gut ein Giganoto direkt vor der Haustür zu haben Den ich einfach nur Den ich einfach ganz schnell zähmen kann und ganz schnell mit mir zurücknehmen kann Aber leider tut mir das Spiel jetzt wieder den Gefallen nicht Das finde ich doof Man kann jetzt hier nicht ein Giganoto rumlaufen Es ist ja nicht so, als wenn das noch nicht vorgekommen wäre Hier waren ja schon mehrfach welche Auch mehrere Teilweise sogar zwei auf einem Haufen waren hier auch schon mal Das ist der Wahnsinn Die haben sich hier die Klinken in die Hand gegeben Die Giganotos Die Giga-Otos Die kleinen Giga-Otos Hm 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 Hä? Auch nur ein T-Rex Mist Mist Kann das sein, dass der da hinten am Berg, den wir da grad gesehen haben Dass der das wirklich der einzige ist, der jetzt grad hier auf der Map ist? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen Ich meine, gut, ich kann froh sein eigentlich, dass nicht neben meiner Base irgendwie ein Giganoto gespawnt ist Obwohl eigentlich Wäre das ja sogar wieder geil, weil dann hätte ich nicht so einen weiten Weg Wenn ich den zähmen könnte Shit Ich meine, wenn jetzt hier, wenn jetzt hier ein Giganoto rumlaufen würde, das wäre eigentlich perfekt Genau hier an der Stelle Genau hier Das wäre super Das wäre so gut Das wäre so, so, so cool, so passend, ja Da hätte ich nämlich, da könnte ich nämlich den Ne, ist ein Mammut Man, shit Das wäre nämlich fast direkt nebenan Aber ich musste ja den einen, der hier rumgelaufen ist, ja, den musste ich ja töten, verdammt Hätte ich den mal gezähmt, aber das haben ja auch Leute geschrieben Warum hast du den getötet, warum hast du den nicht gezähmt? Ja, weil ich ihn grad in dem Moment hatte ich halt Lust zu töten Was soll ich machen? Ich gebe meinen Trieben halt immer so schnell nach Das ist ein T-Rex Der mit einem Mammut kämpft Das ist ein Mammut, das im Baum festhängt Ja, scheiße, dann ist wirklich der eine Giganoto Ist wirklich der einzige Kann ja nicht wahr sein, ey Ah, da sind Giganoto Äh, Argentavisten sind da hinten Vielleicht Ach ja, scheiße, stimmt ja Wenn da jetzt natürlich ein Ein großes Vieh an der Base vorbeiläuft, dann schießt natürlich der Turret auch auf das große Vieh dann Wenn dann Giganoto an der Base vorbeilaufen würde, würde der Turret ja auf den Giganoto schießen Und den anlocken Uiuiui Da muss ich echt aufpassen Das kann auch richtig, richtig haarig werden noch Mit dem Turret Wenn der auf alles schießt, was sich bewegt Hm, ich meine, ich könnte natürlich auch die Reichweite vom Turret ein bisschen reduzieren, ne? Wartet mal Ah, da will ich grad mal gucken Da will ich grad mal gucken Wie ist der jetzt nochmal? Der ist jetzt auf High, ne? Gibt's noch irgendwie Midrange oder sowas? Oder gibt's nur High oder Low? Moment Change to Low Medium, ich lass das mal auf Medium Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste Medium Naja, hoffentlich genug sein, um hier den Radius abzudecken, der wichtig ist, aber nicht die Außenareale Schauen wir mal Werden wir ja sehen Wir werden's ja sehen Huch Der fliegt da gleich Achja, Moment Da fällt mir noch was ein Ich wollte ja eigentlich so eine Rampe, so eine Rollstuhlrampe hier hin bauen Ach egal Kann ja noch später machen So Jetzt erst einmal Schauen wir mal nach Wie es aussieht mit Narkotiks und so Hier sind keine mehr drin Ne, oder? Ich hab den Dings laufen lassen Ohhhh Der lief die ganze Zeit Der lief wieder mal die ganze Zeit Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott So, das Zeug brauchen wir Das Zeug brauchen wir Was brauchte ich denn nochmal für Für die Knarren Munition Genau, Moment Das müssen wir ja auch machen Fällt mir ja gerade mal so ein hier Wir brauchen ja auch die normale Muni wieder So, Eisen haben wir Waa, nein, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen Drop Aufnehmen Und Ja, das ist zu wenig Gunpowder, glaube ich Moment Amore Ne, nicht Ammo Weapons Ammo Ja, zu wenig Gunpowder Mist Okay Dann muss ich erstmal Gunpowder produzieren Und dazu brauche ich Sparkpowder Gut Dann würde ich sagen An der Stelle ist die Folge zu Ende Ich organisiere mir jetzt schnell mal ein bisschen Muni für die Betäubungsknarre Und dann nehmen wir uns den Giganotosaurus vor Bis zur nächsten Folge Hier Axt Arrival Wolf Bis dann Ciao Ciao Ho Oh Untertitelung des ZDF, 2020